Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part GTA 5. So, wir machen hier die nächste Story-Mission. Und zwar hier... Sehr schön hier diese Filmpremiere, nehme ich mal an. Ach, Marnie. Doch, nur SMS bekommen. Marnie, Kiflom, die Undankbarkeit und Selbstständigkeit deiner Handlungen ist unverzeichnend in meinen Augen. Doch Kraft ist nicht ohne Gnade. Um die Gelegenheit zu bekommen, dich reinzuwaschen, musst du die Abhandlung schreiben, welche bereits geschrieben wurde. Wir verahren Kraft, wo die Welt hinausreicht zum neunten Paradigma. Okay, dann kriegen wir das jetzt doch noch. Okay, das sind glaube ich auch noch Dinge, die man suchen kann. Aber, ne. Das werde ich jetzt mal anders machen. Ich steig jetzt erstmal aus und löst die Zwischenländen aus. Und dann, wie sie sagen, zieh dich bei Puzzle-Mission ein Smoky an. Ach. Dad, ich bin gleich bei Puzzle-Mission. Ich habe einen Wagen, besorg einen schicken Smoking. Okay, ich besorg mein Smoking. Anzüge. Smoking. Ja, gut. Ja, Hammer. Ja, eh schon eigentlich, ne. Warum musste ich mir den jetzt da nochmal besorgen? Aha. Lass mal ein bisschen Zeit verstreichen. Ich habe aber auch gesehen, dass man wieder zu Friedlander gehen kann. Ach du Schande. Wahnsinn. Äh, ich möchte, dass ich die Limousinen-Kamera... Die, äh... Äh, kann ich hier das nicht... Ich möchte Innenansicht. Ja, Limousinen-Kamera. Ja, toll. Fällt mir nicht, ich möchte Innenansicht haben. Die nächsten zwei Recessions, ohne überhaupt zu arbeiten. Und ich werde ein Sportwagen und ein Drugs-Habit bekommen. Ja, gut, dann mal. Immer doch hier die Limousinen-Kamera. Wahnsinn. Und ich werde all die Kontakte, die ich in Triebungsprogramm mache, um auch ein Produzent zu werden. Und ich werde sogar sogar schade-Kamera machen, als mein Vater macht. Weil ich nicht über Filme wie ihm. Für mich ist es nur eine Möglichkeit. Und ich werde es nicht tun. Ja, du hast die Streez-Ech-Losers? Schizzle in der Movie-Bizzle. Hear that, Vinewood? You hear that, Vinewood? Hey, ich höre es und ich nicht mag es. Wir gehen zu den Orienten Theater auf Vinewood Boulevard. Get back down hier. Und nicht zu, wie, gaukeln zu sehen, von hinterher. Wir sind eigentlich, wie, properly invited. V to the I to the P. E! Jimmy! Read my Necro's! Entitled! E! N! T! Äh! Titled! Cause I am! Jimmy! Oh, Pop, chill! I'm done spraying this shizzle. Let's take a drink. Telefon! Was will denn der? Jimmy, shut up a second. Hey, Devin, look. Look, I need to say about Molly, man. I'm sorry, but I didn't do it. I told you to slow it down, Slick. It was an accident. I was there, but I had nothing to do with it. Sure, yeah, hey. You made a fool out of me, Michael, and that is something I'm not gonna forget. Look, Devin, I said I'm sorry. I feel bad for you, but you don't threaten me, cause this movie's happening, all right? So let's just calm down and try to be friends again. Oh, absolutely, Slick. Forgive and forget. Namaste. Check it out. It's a premiere. Wahnsinn. Aussteigen und ab zum roten Tepist. Wahnsinn. Oh, der ist an der ganzen Piercings wieder weggemacht, oder? We did it! Salma! We fucking did it! Fucking A! Fuck you, Fate! I may be a lecherous old husband, but I'm a husband with a premiere at the Oriental Theater on Bynwood Boulevard. I see you in there, kid. Hey, thanks. Enjoy the picture, everyone! Mr. Richards. Mr. Richards, hi. If I could just bother you for a second. I'm Laszlo from Fame or Shame. But I do some acting on the side. I was wondering if... Oh, yeah, of course. You should come see me, kid. I think I got a project that would be perfect for you. Oh, that's fantastic. It's called The Closet. Really modern stuff. Pervert. Come on. No, 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 no. Let's go over here. She's lying, okay? I never had surgery. Come on. Milton, Milton. Hi, sorry to bother you. Quick question. Get in here tight. Um, love, love, loved the movie. Oh, thank you so much. I appreciate it. When you were that polar bear and you had to eat your baby, I mean, that was... Okay. All right, Jesus Christ. That was emotional. Can I just have a hug? That really affected me. All right, I gotta go. Thank you so much. Excuse me, excuse me. Come on. Come on, let's get in there. Ah, Laszlo. Oh, shit. Come on, shit, dick. What the hell is she? Looks like she stood you up. Hey, hope I'm not too late. I wouldn't miss this for the world. Devin, the fuck are you doing here? Hey, what a movie, huh? Meltdown. Congratulations, Mikey. We did it. Hey, let's get a picture, huh? You, me, the proud producer. Such a pleasure working with you. You see, I was here, unlike your wife. Seems to be stuck at home. You twisted fuck. You're a dead man. Let's go, Jim. Come on. Hold on. Where's mom and Tracy? The girls are in danger. We gotta get to the house. Let's ask for this auto. Du hast zwei Minuten Zeit, um dich für deine Familie zu opfern, Arsch. Das ist doch... Was? Wie? Wo? Was ist passiert? Ich weiß nicht. Dieser rige Arscher hat mich gerade aufhört, weil ich nicht in dem Film schraubt habe. Dann hat sein Verwürger sterben und er hat mir gesagt, dass er deine Mutter verhörtert wird. Hast du diesen Verwürger? Und jetzt wird er deine Mutter und Tracy töten? Er wird nichts tun, wenn ich es nicht sagen muss. Aber du hast diesen Verwürger zerbrochen? Nein, ich habe das gemacht. Es war ein Exakt. Ich werde nie tun, aber ich werde nichts tun, aber es ist gefährlich. Auf den Film hier. Zusammenbruch. Und jetzt haben wir hier den Zusammenbruch zu Hause. Ach, komm schon. So ein Drecksack. Ich habe mich so gefreut auf den Film. Mensch. Aus dem Weg. Ich habe doch nicht auf die geschossen. Ich finde es immer wieder so richtig mies. Das finde ich immer richtig mies. Man drückt ab und in dem Moment ist es einfach scheiße. Wir müssen da rein, Michael. Er ist da mit unserem Mann. Mom, dann. Du bleibst liegen. Warum ist der hier schon wieder tot? Mann. Einer von ihnen ist mit Tracy. Wir müssen da rein, Michael. Er ist da mit unserer Frau. Mom, Dad. Stopp. Komm, mach was. Was? Was? Schon wieder? Oh, come on. Ich glaube, das darf ich jetzt hier zigmal machen, bis ich es geschafft habe. Was passiert dann da immer falsch? Was passiert dann da immer falsch? Ich muss das jetzt auf eine gewisse Art und Weise machen. Michael, er ist da mit unserer Frau. Mom, Dad. F***er Anniper. Der hat es ja einfach erschossen gerade. Aber auch, das ist aber auch wirklich so ein richtiger Drecksack. Der sieht schon so Drecksack mäßig aus. Wir müssen da rein, Michael. Er ist da mit unserer Frau. Mom, Dad. Stopp. Ah, das ist krass. Baby, bist du okay? Bist du okay? Bist du okay? Wir sind in der Zeit. Find die F***er an! Okay. Du bist hier. Bleib deine Hände hoch. Sei sicher, Baby. Diese Marrywasser-Drecksäcke. Ja, es gibt's aufs Maul. Befrei das Haus von den Leuten von Marrywasser. Gut, kommt noch jemand hoch? Oh, oh. Four Names, ja. Ihr kriegt aber keinen davon. Was noch jemand ohne Fahrschein? Daddy hat das. Ich muss jetzt aufs Maul. Nein, ich bin nicht. Man down! Man down ist da noch einer. Klappe! Ja, ich glaube, du hast mir das. Hör mir das. Möchtest du? Nix ist. Ah! 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 da. So. Endlich haben wir das. Aber endlich können wir jetzt hier ballern wie wild. Und müssen nicht aufpassen, dass wir die ja, haben wir Tochter nicht erwischen. So, haben wir sie alle etwa? Oder schon? Oder was? Nee. Natürlich kommen da noch mehr. Ja, guck mal. Ihr habt vier Menschen, vier Leute auf der Liste, ne? Und was ist mit euch? Ich... Ich hab euch auch alle auf der Liste. Es sei denn, ihr... Gebt's mal auf. Wie wär's? Noch mehr von euch. Wir können ruhig brüllen, was das Zeug hält. Tschüss. Ich glaub, den... Ich glaub, den Film kann man jetzt vergessen. Der hat sich erledigt. Ich glaub, bis wir da sind, ist der Film vorbei. Ja, war so klar. Ausgerechnet dann. Genau dann. Der ist vornherein, der Drecksack. Ich hab dich, du verdammt. Ich hab dich, du verdammt. Ich hab dich, du verdammt. Ich hab ihn wirklich gut gemacht, oder? Okay, hör, ich mach' einen Telefon. Es wird alles okay sein. Bleib dran. Es kam zu meinem Haus, Lester. Mein Haus! Ich hab dich, du verdammt. Ich hab dich, du verdammt. Ich hab dich, du verdammt. ...Periweather ist nicht sicher, dass du dich verletzt hast, zu kommen und sterben. Oder ist Devin Weston. Ich bin nicht für die Perspektive, Lester. Sie kamen nach meiner Familie. Okay, genau. Ich weiß nicht was. Ist das verändert, wo du standest? Auf der Unions-Deposität? Nein. Wir gehen auf das sofort. Bevor es noch heißer. Das ist smart. Ich kenne mich auf den Strip-Joint. Ich werde Frank und Trevor sagen. Okay. Ja, jetzt wird's hier nochmal hart, würde ich mal so sagen. So, wir treffen Frank und Trevor am Trip Club. Gut. Ich hab' mir jetzt einfach mal per Karte markiert. Ging schnell eigentlich. Ja, 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 ja. Ich dachte echt, es wird ein schöner Filmabend. Und was ist? Pustkuchen. Pfeife Degli. Nix ist. Schade. Wäre echt schön gewesen, da einen Film zu gucken oder so. Vor allem den Film, ja, aber gut. Andererseits. Ich kenne mich selbst. Ich gehe zwar auch gerne mal ins Kino und gucke einen Film. Ich bin aber auch froh, wenn er fertig ist. Bedingungsweise in GTA schaue ich mir das dann noch eher weniger mal an. Also da... Da will ich lieber durch die Gegend driven. Und, äh, anstatt Film zu gucken. Also war's so doch schon besser. Ja. Hala. So, dann würde ich sagen, aber wir machen jetzt... Ach du Scheiße. Wir haben ja jetzt nichts mehr groß zu tun und zu erledigen. Und, äh, ja. Ich werde jetzt, äh, darauf zuarbeiten, dass wir das große Ding durchziehen und dann, äh, die Lästermissionen machen. Und, ja, ein bisschen Kohle mit auch mit Aktien verdienen. Michael! Habt ihr sie gefunden? Wer? Die Person, die die Mercenariere zu unserem Haus sendet! Ich arbeite daran. Sind wir sicher? Du sagst, wir würden sicher sein. Er wird das nicht wieder versuchen. Ich bin drauf, Amanda. Verrückt mir. Wirklich? Du bist sicher? Ich bin positiv. Schau. Ja, ich hoffe's mal für dich, Michael. Ich hoffe's mal für dich, Michael. Ich hoffe's mal für dich, Michael. Ich hoffe's mal für dich. Okay, irgendwas wollte ich noch sagen. Ach, da ist der Strip Club, genau. Ähm. Was wollte ich noch sagen? Ja, es gibt noch so ein paar Sachen. So ein paar Nebenmissionen, Sammeldinge gibt's noch und so ein paar Sachen. Zum Beispiel auch das, was ich jetzt hier für das Epsilon-Programm noch suchen muss. Das sind so Sachen, da denke ich mir, da habe ich mir überlegt, die mache ich nach dem Abspann erst. So ein paar extra Dinge, die nach dem Abspannen, also die brauche ich ja alle nicht für die 100%. Alles, was ich jetzt nicht für die 100% brauche, werde ich erst nach dem Abspann machen. So, ich schätze mal, ich muss wieder ins Separe und da irgendwo weiter. Gehe ich mal stark davon aus. Ja, hier hinten. Da waren wir jetzt das letzte Mal ja auch, ne? Genau. Ja, wie gesagt, das werde ich dann alles erst nach dem Abspann machen, was ich jetzt nicht für die 100% brauche. Alles, was ich für die 100% brauche, mache ich vorm Abspann. Oh, wir haben gerade über dich gesprochen. Oh, keine Frage. Noch ein paar Stunden, da musst du nie wieder über mich sprechen, Traver. Du bist derjenige, der möchte, zu sprechen. Schau dir zurück. Du auch. Das ist alles, was ich sage. Fuck you. Fuck you! Entschuldigung! Enough! Enough! Thank you! Okay, uh, this is it. Wir haben zwei Optionen. Sie sind beide ein bisschen, uh, out there. Aber dann wieder, was ihr erwartet? Okay, Option 1. Wir verraten ihre Armored Cars. Wir nehmen die Crews hostage, und dann infiltratieren die Depository. Jetzt, als du da bist, und du hast den Score, wir senden in ein Team von Modded Cars. Wir laden auf, wir raus. Wir brauchen, um die Grenze des Transportes, und es manipulieren, um es zu helfen. Aber Option 2. Wir haben eine Distraktion voran. Wir machen sie denken, dass wir dumme. Well, wir haben nie ein Problem gemacht. Wir haben die Leute so, nicht wahr? Oh! The other guys will be drilling, taking what they can. You're gonna be the distraction. Always the attention seeker. You know, for a guy who's always stepping on his friends to get ahead, he has an unfortunately low sense of self-worth. Okay, okay, let me show you the board. To, uh, recap, these are our options. We try to make them give us the gold, or we drill a big old hole in the side of the bank, and we take it out. If you're drilling a big old hole, you'll need a big old drill, a tunnel bore machine. I'll locate it, but you have to steal it and store it near the bank. Uh, they're excavating a new part of the Metro Network around there, so that's where you'll go in. Uh, we'll need choppers for the getaway, too. Uh, Trevor has one we can use, the other can be bought. The guys on the ground will need a getaway car, so get something fast and tough, and then modify it as much as you can, to increase your chances of getting away from the cops. It's gotta be stored in a parking garage near the UD. Uh, it's gonna be a lot of heat, so think about that. Uh, I'm forgetting something. Uh, oh, that's it. We'll need a train to land the gold on and take it to the warehouse. You'll have to steal it. And again, I'll send you the details. Now, if you're interested in the more, um, subtle approach, hijacking the armored cars and so on, huh? You've got to get some police stingers, and only cops are licensed to have them, so that's a headache of its own. Uh, what else? Um, oh, right. Uh, you'll need to get a hold of and mod some getaway cars. Uh, normal suspension's gonna give out under a couple of tons of gold. Whoa, man, a couple of tons? Four tons in total. That's what I can get the system to divert into the cage we're hitting. Fuck me! Okay, okay, last thing. You remember that underpass we saw from the helicopter? Well, that's where I'll set up the smoke and mirrors to get the cops off your scent. I've heard that before. Michael, subtle or obvious? What's it going to be? Subtil or brachial? Subtil is with these cars, sub-brachial is with the helicopter then. And... Umsehen. We're all waiting! Yeah, yeah, mach langsam. Ein grüner Punkt und ein blauer Punkt. Dann gibt's aber auch noch einen roten Punkt. Okay. Nee, der rote Punkt sind wohl... Ach, das sind nur Stecknadeln. Ach, hier, äh, ja... Wie heißen die Dinger? Egal. Stecknadeln. Scheiße. Ich dachte, die würden vielleicht von der Farbe hier irgendwie was bedeuten. Jesus Christ! Er ist mit dem. Vielleicht ist es auch so, dass die was bedeuten. Subtil oder brachial? Ach, scheiß drauf. Nimm mal Subtil. Ich nehme jetzt hier Leute, die einfach nix können. Mit schon klappen. Ja, ich möchte Leute, die nicht viel Anteil haben wollen, ne? Wo ihr möglichst viel rausholt, ne? Ähm, ja gut. Okay, wir müssen sie eh annehmen. Ja, dann. Ja, ich habe ja keinen anderen mehr zur Auswahl. Wäre ich die nicht nehmen können? Ja, ich habe ja keinen anderen mehr zur Auswahl. Wäre ich die nicht nehmen können? Wäre ich die nicht nehmen können? Ja, wenn ihr es braucht. Aber wir könnten cool sein. Rikki Lukens. Vier Prozent. Ach komm, nimm mal die. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Feminin-Touch. Sie werden sie finden, ob sie irgendwelche Back-Doors haben. Wir werden nur noch einen Schuss bekommen. Wir werden nur noch einen Schuss bekommen. Ist das der Schuss, den wir wollen? Ja, gut. Wir brauchen diese Stinger und die modifierten Getaway-Cars. Ich wusste, dass du das magst. Das klingt so frutig, wenn du mich fragst. Niemand fragt. Sollten wir uns mal um diese Nagelbretter und um die Fluchtwagen kümmern. Gut, ich schätze mal. Ressische Modus Akteurscheidung. Raubüberfall Crewmitglieder. Alles klar. Gut, ähm, geht's nicht auch hinten raus irgendwie? Ich hätte gerne einen Hinterausgang. Geht da irgendwo raus? Ich gehe ja eigentlich mal davon aus, dass es hier raus geht. Ah ja, hier kann ich nochmal die Pläne ansehen. Ja gut, ähm, nur ist mir nicht viel. Okay, dann würde ich mal sagen, war's das jetzt auch gleich wieder für den Batsch. Gehen wir noch kurz raus. Telefon. Lester wegen dem... Äh, ja gut. Aber ich würde mal sagen, die Mail gucken wir uns im nächsten Part an. Vielen Dank fürs Zuschauen.